Willkommen zu einem neuen Letz-Information-Meinschaft. Ähm, heute wieder in meiner Welt, ähm, die Welt ist Höhle. Ähm, die Welt ist Höhle, genau. Nein, also das ist so meine Letz-Laber. Ein bisschen mal herumwelt und ein bisschen Experimente. Jetzt in meinen Kraft-Liedestuhl. Das wär doch schön. Äh, ja, genau. Und an den ganzen Schnee-Bio mit Lava. Genau, wirklich sehr normal. Irgendwo in dem Schnee-Bio müsste mein Haus stehen. Wo? Hier? Nee, hier ist. Oder du? Äh, ja, ich kann nicht singen. Glaube ich zumindest. Ich bin der Meinung, ich weiß nicht, was ihr sagt. Ähm, zumindest, ähm... Jetzt mal so ein rohes Rinderfleisch reinhauen, ne? Nein, ähm, also wir sind ja keine... Abmenschen. Zumindest. Du willst mal so ein bisschen Hänsel und Rätel spielen. Schaf, willst du schwimmen? Och. Oh, nå. Ach. Nee, nee, nee. Nee. Okay? Nein, danke. Gut. Ich bin auch noch schön. er ja Entschuldigung, dass ich gerade so stehe, war mein Mikrofon hat sich gerade ausgezogen, warum auch immer bin wahrscheinlich mit dem Prustart rangekommen ähm, zumindest ähm ich schreibe in die Beschreibung, welches Mikrofon ich benutze, beziehungsweise welches Headset ähm das, äh, weiß ich nämlich gerade gar nicht auswendig brauche ich theoretisch auch gar nicht bin nur froh, dass ich das habe äh allein schon, das war schon nicht ganz günstig was heißt hier nicht ganz günstig, 25 Euro zumindest guck mal, nimm Malta und jetzt ist ne tote Malta korrig, mein Baby was hätt' wir machen doch klar, schon nochmal ähm zumindest kostet das 25 Euro das ist mein allererstes professionelles, kann man es professionell nennen äh, weniger ähm Mikro nein, du bleibst da drin ähm beziehungsweise Headset also, äh, vorher hatte ich so ein komisches Teil, das, äh, kann ich euch mal ein Bild irgendwie äh, oder sonst irgendwas äh ans Video hängen, ich weiß noch nicht ähm also, es ist nicht das Beste, mein altes ich bin froh, dass es schon guten relativ guten Ton abspielen kann ach, fast, wie bald rum, ne ist das auch ne Doppelschlucht? oh, also ähm, ja, zumindest, ähm lol Screenshot ähm zumindest ähm finde ich das wirklich sehr gut so, meine Mutter kommt grad nach Hause dann würde ich grad mal sagen ähm dass äh, ich das Video dann auch mal hochlade jetzt und ja genau ja ähm ja, dann sag ich bis zum nächsten Mal äh sagt euer Room LP oh, guck mal hat einer schon für mich müssen wir nur noch so ne Tür hinbauen und ein bisschen Glas und ein bisschen Ausleuchten und wenn wir schwimmen gehen äh sagt euer Room LP Tschüss Tschüss Tschüss.